Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Dein Bild im Fokus. Dein Bild im Fokus Folge 9. Einige von euch haben ja jetzt schon nachgefragt, was ist da los? Keine neue Folge von Dein Bild im Fokus? Gibt es nicht genug Bilder? Warum kommt nichts Neues? Tatsächlich war selbst ich etwas überrascht, als ich gesehen habe, dass ja die letzte Folge Teil 8 tatsächlich schon 6 Wochen her ist. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es gab zwischendurch natürlich neue und spannende Projekte, die ich euch demnächst präsentieren werde. Und natürlich war das Ganze auch so ein bisschen auf die Ferien- und Sommerpause zurückzuführen. Aber es geht natürlich weiter, weiter mit tollen neuen Folgen, mit tollen Fotos, die ihr mir eingesendet habt. Und es gibt viele, viele neue Folgen Dein Bild im Fokus bereits in der Planung. Wenn auch du mir ein Foto für Dein Bild im Fokus zusenden möchtest, findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt möchte ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Wir beginnen mit 10 tollen neuen Fotos, die ihr mir zugesendet habt. Dein Bild im Fokus, Folge 9. Unser erstes Foto ist ein sehr farbgewaltiges Foto, eingereicht von Bernhard. Bernhard war nämlich unterwegs in Island und zwar schon 2013 und hat dieses Foto aufgenommen in einer Lava-Höhle. Der Bernhard hat mir dazu geschrieben, damals war diese Höhle noch menschenverlassen. Heute gibt es Öffnungszeiten, einen Laufsteg und wahrscheinlich auch entsprechend ein Eintrittsgeld. Das Ganze zeigt entsprechende Metalloxide und die sind natürlich auf dem Bild besonders farbenprächtig dargestellt. Kommen wir als erstes zu den Exif-Daten. Bernhard hat das Ganze aufgenommen mit der Canon EOS 5D Mark III. Jetzt mag man denken, ja, vielleicht nicht mehr die aktuellste Kamera heute, aber 2013 war sie gerade mal ein Jahr alt. Das heißt, damals ein Top-Modell. Das Ganze dann aufgenommen mit dem 24-105, einer L-Linse, einer Blende 10, einer Belichtungszeit von 13 Sekunden und einem ISO 1600. Bei dem ISO 1600 möchte ich gleich einsteigen, denn hier stellt sich natürlich die Frage, wenn ich schon so lange belichtet habe, dann hätte man ja vielleicht noch ein bisschen Belichtungszeit oben drauf packen können und lieber mit dem ISO ein bisschen weiter runter gehen. Natürlich hat Bernhard den Augenmerk hier auf seinen Vater gelegt, den ihr hier im Bild seht. Das ist ein bisschen versteckt durch die wirklich knalligen Farben hier im Bild. Und Bernhard hat auch dazu geschrieben, ja, das Bild ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ja, bei ihm, da hängt das im Wohnzimmer. Und das ist natürlich auch ein schönes Indiz für gerade solche Fotos, zu denen man natürlich einen besonderen persönlichen, eine persönliche Bindung hat. Denn da gefällt einem das Foto natürlich wesentlich besser, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen mit auf dem Foto hat. Meine Einschätzung zum Foto, ja, es ist ein super bildgewaltiges Foto, ist sehr schön auch dargestellt. Aber wenn wir uns das Foto ein bisschen näher anschauen, dann sehe ich, dass natürlich entweder dem hohen ISO geschuldet oder vielleicht der Tatsache, dass vielleicht doch so ein kleiner Mikroverwackler vielleicht beim Auslösen, keine Vorauslösung, keine Fernbedienung verwendet, dass das komplette Bild nicht knackscharf ist. Und bei der Ausrüstung, die du hattest, lieber Bernhard, ja, die 5D Mark III und auch der L-Dinse 24105, sollte das eigentlich nicht sein. Das heißt, egal in welchem Bereich des Bildes wir springen, wir haben keinen richtig scharfen Fokuspunkt. Generell ist bei solchen Motiven natürlich schwierig, irgendwie auch einen Vordergrund zu finden, ja. Das ist schon okay, so von der Aufnahme. Natürlich hast du eine besondere Bindung hier zu der Person auf dem Bild, aber grundlegend wirkt es natürlich für den Betrachter, der nicht dabei war, der gar nicht weiß, worum es geht, so als hättest du eine andere Person, eine fremde Person, die jetzt gerade die Höhle betrachtet hat, ja hier einfach mit abgelichtet, ja. Da muss man dann mal gucken, inwiefern das für andere Leute interessant ist. Ja, vielleicht wäre es sogar noch interessanter gewesen, wenn du die Person, dein Vater, der hier mit auf dem Bild drauf ist, vielleicht in den Vordergrund gestellt hättest. Und er hätte gesagt, na, lieber Papa, bleib mal ein bisschen länger ruhig stehen, wir machen jetzt mal ein tolles Porträt. Ja, wäre ja noch besser gewesen. Aber so ein Blick von hinten, ich weiß, schöner Rücken kann auch anzücken, aber das tut natürlich dem Bild keinen positiven Beitrag leisten. An sich, schönes Bild, natürlich auch eine tolle Location dort, sowas mal fotografieren zu können. Leider ein bisschen unscharf, lieber Bernhard, das ist das Problem. Vielleicht mal versuchen, mit entsprechenden Softwarelösungen das Ganze vielleicht ein bisschen nachzuschärfen. Und natürlich schade, ja, schade, dass man den Papa nicht von vorne sieht, das wäre es doch gewesen. Also, ja, wenn ihr solche Aufnahmen macht, entweder eine Person dann wirklich auch so abbilden, dass sie zu sehen ist, dass man dann auch einen Bezug dazu hat. Und denkt, auch der Betrachter, der außenstehend ist, ja, Mensch, das muss jemand sein, der ihm wichtig ist. Und, ihr Lieben, auf die Schärfe achten, ganz, ganz wichtig bei solchen langen Belichtungen. Vielleicht hätte man ja dann auch länger belichten können, wenn keine Person im Bild gewesen wäre. Dann drauf achten, ein stabiles Stativ und natürlich ganz, ganz wichtig, allein der Druck auf den Auslöser kann schon genügen, damit euer Bild verwackelt. In diesen Situationen zwei, fünf, zehn Sekunden Vorauslöser einstellen, dann seid ihr auf Nummer sicher. Oder natürlich vielleicht sogar eine Funkfernbedienung. Schönes, farbgewaltiges Foto, lieber Bernhard. Vielen Dank fürs Einsenden. Unser nächstes Foto zeigt ein Panorama der Milchstraße über schneebedeckten Berggipfeln. Das Ganze aufgenommen in Kärnten in Österreich und zwar vom Maverick. Der hat sich dann nämlich die Nacht um die Ohren geschlagen, um eine Vielzahl von Fotos zu machen. Und zwar genau genommen besteht dieses Bild aus sieben Hochkantbildern und jeweils jedes Hochkantbild nochmal aus fünf gesteckten Einzelbildern. Schauen wir uns hier gleich mal die EXIF-Daten an. Aufgenommen wurde das Ganze mit der Canon EOS 7D Mark II verwendet. Hat hier der Maverick eine Sigma 14 Millimeter mit einer Offenblende 1.8, was sich natürlich nicht nur von der Brennweite, sondern natürlich auch von der Blende perfekt anbietet, um zum Beispiel die Milchstraße zu fotografieren. Und natürlich hat er auch die Offenblende 1.8 genutzt. Dann wurde jedes einzelne Foto mit jeweils 13 Sekunden belichtet und er hat einen ISO 3200 verwendet. Die Fotos hat er dann zusammengesetzt und natürlich bearbeitet. Final in Lightroom und Stary Landscape Stacker für Mac. Ja, also das Ganze natürlich nachbearbeitet. Sehr schön an diesem Foto im Grunde auch zu sehen, dass es keine Vollformat-Kamera sein muss, um die Milchstraße abzulichten. Denn die Canon 7D Mark II ist eine APS-C Kamera. Schauen wir uns das Foto im Ganzen an. Bildaufbau finde ich natürlich ja sehr gelungen. Gerade die Berge im unteren Bereich bilden natürlich einen schönen Abschluss. Sowas ist ja immer wichtig, gerade wenn du die Milchstraße fotografierst, dass du irgendwie in irgendeiner Weise einen guten, einen gelungenen, einen interessanten Abschluss zum Boden findest. An sich die Bearbeitung ja, aber was mich persönlich stört und was natürlich auch den Blick von der eigentlichen Milchstraße weglenkt, ist der sehr, sehr deutliche und sehr dominante Gelbstich hier im Bild. Das kann natürlich eine Lichtverschmutzung sein. Ich würde fast sagen, so wie es aussieht, sind es Wolken, die aus dem Hintergrund irgendwie angestrahlt wurden. Dieses Gelb, diesen Gelbstich kann man natürlich vermeiden, indem man hier einen entsprechenden Astro-Klar-Filter verwendet. Oder, da du ja ohnehin schon in Lightroom nachbearbeitet hast, lieber Maverick, hätte ich den Gelbton rausgenommen, reduziert, den Gelbton ausgetauscht gegen einen eher Blauton. Und so haben wir natürlich das Problem, dass ja die Milchstraße, die ja wirklich in einem super Bogen hier dargestellt ist, dass die natürlich so ein bisschen untergeht. Und das ist sehr, sehr schade, denn du hast dir hier sehr viel Zeit genommen, um die Bilder zu machen. Ich gehe mal auch davon aus, dass es nicht unbedingt warm war, dass du nicht im T-Shirt da stehen konntest. Das heißt, der ganze Zeitaufwand, den du hier investiert hast, der wird leider von diesem Gelbstich komplett überstrahlt. Das heißt, hier vielleicht nochmal rangehen, die entsprechenden Einzelbilder nachbearbeiten, dass du tatsächlich diesen absolut dominanten Gelbton aus deinem Foto herausbekommst. Und dann ist es natürlich ein super Foto, das sich natürlich auch lohnt, entsprechend vielleicht mal auf Leinwand zu drucken. Zum Rauschverhalten, auch mal für alle, die sich schon mal probiert haben in der Fotografie der Milchstraße und dann enttäuscht waren und gedacht haben, Mensch, mein Foto rauscht so sehr. Ein Bildrauschen bei Aufnahmen gerade der Milchstraße und einem hohen ISO-Wert ist nicht zu vermeiden. Ich mache euch das Foto hier mal groß. Auch hier seht ihr es natürlich in der Gänze. Das Foto groß betrachtet und nachher, wenn ihr es wahrscheinlich auch auf vielleicht Leinwand druckt, wird es nicht mehr so eine Rolle spielen. Aber ein Bildrauschen ist da. Das kann man auch in Maßen nacharbeiten, wie zum Beispiel in Leitungen oder anderen Software-Möglichkeiten. Aber ganz raus werdet ihr es nie bekommen. Das heißt, ja, auch andere Fotografen, wenn sie die Milchstraße fotografieren, haben da Bildrauschen drin. Also nicht unterkriegen lassen, weiter tolle Fotos machen, wie hier zum Beispiel der Maverick von der Milchstraße. Hut ab für die Geduld, natürlich hier die entsprechenden Fotos zu machen, das Ganze zu bearbeiten, zusammenzusetzen und es einzusenden. Vielen Dank dafür, lieber Maverick. Unser nächstes Foto entführt uns zur Moritzburg in der Blauen Stunde. Da hat der Enrico nämlich mal kurz angehalten, um dieses Foto zu machen. Er hat das Foto aufgenommen mit der Canon EOS M100 und dem Tamron 18 bis 270 Millimeter. Verwendet hat er eine Blende 14 und belichtet hat er 30 Sekunden und damit hat er dann einen ISO 100 erhalten. Ein schönes Bild, natürlich sehr schmeichelhaft fürs Auge. Wir haben Komplimentärfarben, wir haben Orange und wir haben Blau. Das harmoniert ja immer sehr schön miteinander. Zum Bildaufbau, zur Bildkomposition. Natürlich ist es sehr schön, wenn du Wasser im Vordergrund hast, wenn du länger belichtest, dann bekommst du natürlich eine schöne Reflexion in den Vordergrund. Und die Moritzburg, die spiegelt sich natürlich hier sehr schön im Wasser. Ebenfalls natürlich links und rechts die Lichter, die wir hier noch haben. Am Himmel, ja, es ist sehr bewölkt. Man sieht schön die Wolkenzieher, die so ein bisschen sich strecken. Dadurch auf der linken Seite sieht man so die letzten Sonnenstrahlen, das letzte bisschen orange. Und alles zusammen ist natürlich ein super harmonisches Foto. Was mir aufgefallen ist, als ich natürlich die Moritzburg vergrößert habe, um mal zu schauen, wie gut ist sie denn getroffen worden, ist, dass natürlich das Bild unscharf ist. Das kann jetzt natürlich auch hier wieder an so kleinen Mikroverwacklern liegen. Vielleicht ist ein kleines Lüftchen, was geweht hat, das Stativ ist nicht stabil genug, dann kann es daran liegen. Aber ich glaube eher, dass es hier am Tamron liegt. Denn das Tamron 18270 ist ja wieder so ein klassischer Fall, ein Allrounder. Ja, ob Tele, ob Weitwinkel, alles dabei. Und leider ist es dann immer so, dass solche Allrounder, solche Reiseobjektive, die haben natürlich ihre Schwächen. Die Stärke liegt im Umfang des Bereichs, in dem Sie fotografieren können, 18 bis 270 Millimeter. Die Schwächen liegen dann oftmals in der Schärfe. Und genau hier zeigen sich diese Schwächen. Nimmt man sich nämlich die Moritzburg tatsächlich mal auf 100 Prozent, dann ist sie leider unscharf. Man kann das Ganze nacharbeiten. Ich habe das Ganze nochmal hier einmal in Topaz Photo AI durchlaufen lassen. Habe dann entsprechend einmal ein bisschen das Rauschen entfernt. Wobei ein richtiges Bildrauschen natürlich hier nicht drin ist im Bild. Das ist schon gut bearbeitet und habe aber dann nochmal nachgeschärft. Obwohl ja der Enrico das Ganze schon in Luminar Neo bearbeitet hat, sieht man hier sehr schön, da geht noch einiges an Schärfe auch nachträglich. Und das verbessert natürlich dann den Bildeindruck. Gerade wenn du sowas vielleicht druckst und du druckst es hochwertig im Gallery Print, da ist natürlich dann so eine Unschärfe sofort zu sehen. Auf einer Leinwand nicht so sehr, auf dem Gallery Print, hinter Glas das Ganze quasi, da wird es dann schon schwierig. Bildaufbau. Es ist natürlich jetzt hier auch dargestellt, das Bild in 16 zu 9. Im Grunde schön. Ich weiß nicht, ob ich persönlich vielleicht das Ganze noch ein bisschen mehr zugeschnitten hätte. Denn ich sage mal so, vielleicht eine halbe Stunde vorher hätte es vielleicht einen tollen Sonnenuntergang gegeben. Also mehr Farbe natürlich noch im Himmel. Dann hätte es sich vielleicht gelohnt. Aber hier dominiert jetzt dadurch natürlich auf dem Bild das Blau sehr stark. Man könnte, was natürlich Geschmackssache ist, das Ganze vielleicht ein bisschen kroppen, also zuschneiden. Vielleicht so in dem Bildausschnitt. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Dadurch, dass wir an der Moritzburg links und rechts natürlich noch die Reflektionen im Wasser haben von den Lichtquellen, kann man es natürlich auch in dem Format lassen. Und aufpassen bei solchen Fotos, gerade langen Belichtungen. Auch hier sieht man es natürlich so in den Fenstern in der Moritzburg und links und rechts, dass wir ausgebrannte Bereiche haben. Das kann natürlich schnell dazu führen, wenn du lange belichtest. Da muss man ein bisschen spielen, vielleicht auch mal einen Blick aufs Histogramm werfen. Ja, passt das alles. Lieber ein kleines bisschen unterbelichten, damit du eben keine ausgebrannten Stellen im Foto nachher hast. Ansonsten, ich glaube, der kleine Zwischenstopp hat sich gelohnt, lieber Enrico. Vielen Dank fürs Einreichen deines Fotos. Mit unserem nächsten Bild geht es nach Dänemark an die Nordseeküste. Da hat nämlich der Jens diesen Sonnenuntergang fotografiert. Er hat für seine Aufnahme verwendet, die Canon EOS R6. Das Canon RF24-105 mit der Blende F4. Verwendet hat er hier eine Blende 16. 30 Sekunden hat er belichtet und einen ISO 100 hat er dadurch erreicht. Er hat Filter verwendet und zwar hat er einen CPL-Filter zum natürlich Entspiegeln der Wasseroberfläche genommen. Und einen ND64, damit er hier auf seine 30 Sekunden Belichtungszeit kommt. Jens hat mir geschrieben, er wollte mit der längeren Belichtung erreichen, dass die Wasseroberfläche schön geglättet ist. Schöne Lichtstimmung. Definitiv hier am Strand von Dänemark. Und da kommen wir auch gleich zum Bildaufbau. Natürlich ist ein Sonnenuntergang alleine nicht Garant dafür, dass das Foto auch automatisch natürlich gelingt. Grundlegend finde ich bei dem Foto, lieber Jens, dass du im Vordergrund das Wasser. Es ist einfach zu viel negativer Raum. Bisschen aufgefrischt wäre das Ganze, wenn du vielleicht im Vordergrund hier einige Buhnen gehabt hättest. Oder wenn du im oberen rechten Bereich, sieht man es dort am Strand, da gibt es so große Holzpferde. Wenn du die vielleicht in den Vordergrund noch gerückt hättest, damit du tatsächlich im Vordergrund irgendetwas an Motiv hast. Auch hätte man natürlich etwas weiter noch herangehen können an den Leuchtturm, den man im Hintergrund sieht. Grundlegend natürlich die Idee, das Bild zu teilen mit dem Landbereich, mit der Landmasse, die so ins Bild geht, so fast auf der Hälfte. Das ist schon gut, aber es ist halt alles zu klein. Und dadurch, durch die lange Belichtung, dass sich Wasser natürlich gerade an der See stark bewegt, bekommst du natürlich auch keine glatte Wasseroberfläche. Das erreichst du damit nicht. Du kannst zwar das Wasser glätten, aber es wird nicht spiegelglatt, sodass sich der Himmel jetzt quasi eins zu eins gespiegelt hätte. Dann ist es immer ein Problem. Das heißt, da muss man tatsächlich gucken, dass man wirklich irgendwie ein Motiv in den Vordergrund bekommt, dass man ein bisschen mehr Bildfüllung hat. Ansonsten ist ja im Grunde, du siehst es vielleicht selber jetzt, wenn du es dir anschaust, der untere Bereich deines Bildes ja im Grunde alles negativer Raum. Also Raum, auf dem ja nichts los ist, nichts passiert und das ist ein bisschen schade. Vielleicht, ich kropp dir das mal ein kleines bisschen rein, damit du mal siehst, was ich meine. Wenn man es vielleicht so aufgenommen hätte, wäre auch cool gewesen. Und natürlich, du hast die Blende zugemacht. Du hast ja ja eine ziemlich geschlossene Blende verwendet. Wenn man da Glück hat und da blitzen so ein paar Sonnenstrahlen durch, dann wirkt das Ganze nochmal oder die Sonne hätte nochmal ein bisschen vorgeblitzt. Also natürlich ein schöner Moment, solch einen Sonnenuntergang, den kann man einfangen. Aber hier muss man wirklich darauf achten, wie ist die Bildkomposition? Hat man irgendetwas, das hervorsticht, auch im Vordergrund, sodass man eben nicht so viel negativen Raum hat? Ich hoffe, du hattest dennoch einen sehr schönen Urlaub dort am Strand in Dänemark. Jens, vielen lieben Dank fürs Einreichen deines Fotos. Beim nächsten Foto, das eingereicht wurde vom Luca, musste ich tatsächlich beim Erstbetrachten des Bildes überlegen. Und zwar überlegen, ja was wollte der Luca denn hier fotografieren? Warum sind die Halme oben abgeschnitten? So richtig erkennt sich ja kein Bildaufbau daraus. Und dann habe ich mir natürlich seinen Begleittext durchgelesen. Und der Luca hat mir geschrieben, eigentlich hatte ich einen Eisvogel gesucht. Da ist mir die Blaumeise aufgefallen. Ich frage mich nur, ob der Bildausschnitt zu groß gewählt ist und die Blaumeise darei untergeht. Tja, lieber Luca, und dann habe auch ich sie entdeckt. Und zwar deine Blaumeise, die sich hier tatsächlich genau in der Bildmitte befindet. Farblich ist es natürlich schwierig, weil sie sich nur sehr, sehr, sehr wenig von der Umgebung natürlich hier absetzt. Das heißt, ja, ich stimme dir zu. Deine Blaumeise, die ist definitiv im Bildausschnitt zu klein geraten. Wir schauen uns erstmal an, womit du fotografiert hast, lieber Luca. Und zwar hast du mit der Canon fotografiert. Und zwar mit der Canon EOS 250D. Und du hast genutzt das Canon EF 55 bis 250 Millimeter. Auch hier, ja, für die Wildlife-Fotografie, ja eher so ein Reise-Rounder. Du hast fotografiert mit der Blende 5.6, einer vierhundertstel Sekunde und warst dann bei einem ISO 200. All das erstmal grundlegend schlüssig. Was für mich nicht schlüssig ist, ist, warum dein Bild zu klein geraten ist. Du hast ja nachbearbeitet in der Lumina AI. Vielleicht kannst du es mir in die Videobeschreibung mal, beziehungsweise in die Kommentare schreiben, ob du nur ein kleines Foto ausgegeben hast. Denn dein Bild hat lediglich eine Größe von 1280x853 Pixel. Das ist natürlich super klein. Das heißt, hier für mich jetzt zu beurteilen, wie scharf ist denn das Ganze, ist schon schwierig. Das heißt, an der Stelle auch nochmal für alle diejenigen, die mir ihr Bild einreichen möchten, am besten natürlich das JPEG in höchster Auflösung. Ihr könnt Bilder bis 50 Megapixel, beziehungsweise bis 50 Megabyte, nicht Megapixel, das ist Quatsch, bis 50 Megabyte einreichen. Das heißt, da ist auf jeden Fall die höchste Auflösung sichergestellt. Das heißt, ich habe jetzt natürlich mal versucht, hier ein bisschen reinzukroppen ins Bild, auch mit der mini-minimalen Auflösung. Das heißt, hier auch wieder in Foto AI gegangen und dann mal geguckt. Bei der Auflösung unten im Crop, wo das tatsächlich Sinn machen würde, den Vogel auch abzubilden, sind natürlich nur noch Pixel übrig, die ein bisschen an Tetris erinnern. Das heißt, auch hier sind natürlich die Grenzen von Foto AI erreicht. Obwohl ich sagen muss, das Bildergebnis anhand, gemessen am Ausgangsbild, an den Bildpixeln, an den Einzelnen, die wir hier haben, die viereckigen Kästchen, die man tatsächlich erkennt, finde ich es gar nicht schlecht, was da tatsächlich doch noch rauskommt. Das ist natürlich nichts, was du in der Galerie veröffentlichst, sondern tatsächlich hier nochmal einmal demonstriert, was selbst aus so Bildpixeln rausgeholt werden kann. Lieber Luca, um mit einem 250 mm brennweiten Objektiv tatsächlich so ein Vogel sinnvoll ins Bild zu rücken, brauchst du natürlich entweder richtig viel Auflösung oder, also Megapixel, oder du musst deutlich dichter rangehen. So stimme ich dir zu, der Vogel ist leider, leider, leider für die gesamte Bildkomposition zu klein geraten. Also beim nächsten Mal, vielleicht Tarnanzug überschmeißen, dann kommst du vielleicht ein bisschen dichter ran, oder vielleicht hast du die Möglichkeit, noch mehr Brennweite zu verwenden. Und ansonsten, ja gut gesehen, muss man natürlich auch sagen. Also das musst du erstmal entdecken, so ein Vogel inmitten der Halme hier, das ist schon eine Leistung. Das muss ich schon sagen. Also lieber Luca, vielen Dank fürs Einreichen deines Fotos. Das nächste Foto entführt uns nicht nur in die Schwarz-Weiß-Fotografie, sondern zum Schloss Benrath, und zwar in die Weihnachtszeit. Dort hat nämlich der Jürgen im November 2018 gegen 20.30 Uhr dieses Foto gemacht und auf dem Schloss Benrath war gerade Weihnachtsmarkt. Kommen wir als erstes zu den EXIF-Daten. Aufgenommen das Ganze mit der Canon EOS 7D Mark II und dem Canon 1835 mm mit 18 mm Brennweite. Verwendet wurde hier eine Blende 5.6 und das Ganze wurde lange belichtet und zwar mit 20 Sekunden bei einem ISO 200. Schauen wir uns den Bildaufbau an. Natürlich ist im Vordergrund die Äste, die bieten sich natürlich an in diversen Bildsituationen, um zum Beispiel seinem Foto einen Rahmen zu geben. Tatsächlich ist mir der Rahmen auf diesem Foto, meine persönliche Ansicht, etwas zu viel. Denn die Äste lenken ja so ein bisschen links und rechts doch von den Nebengebäuden des eigentlichen Schlosses ab. Das finde ich ein bisschen sehr schade, denn wenn man hier vielleicht tatsächlich wirklich nur eine Panoramaaufnahme genommen hätte, links und rechts die Gebäude, dann hätte man natürlich die Spiegelung noch mitnehmen können. Das Wasser ist sehr ruhig unten. Das hätte gut ausgesehen. Oder natürlich auch sehr gut, wenn man die Äste hier nutzen möchte, die natürlich da sind, vielleicht einen kleineren Bildausschnitt nehmen. Nur zum Beispiel das Schloss nehmen und das ganze Schloss jetzt links und rechts dann entsprechend von den Ästen einrahmen lassen. Auch das, hier an dem Beispiel sieht man es gut, wirkt natürlich auch sehr gut. Ansonsten natürlich eine schöne Aufnahme. Die entsprechenden Exif-Daten, die passen sehr gut zueinander. Ich staune, dass du schon bei der Blende 5.6 hier so einen tollen Blendenstern bekommst, wie er links neben dem Schloss zu sehen ist. Das Bild kippt ein kleines bisschen nach links. Da musst du ein kleines bisschen austarieren. Ich habe es mal nachgemessen. Die Bildwirkung ist natürlich durch den Uferverlauf schon prädestiniert dafür, dass das Ganze wirkt, als würde es nach links kippen. Das Haus oben, das Dach ist nicht ganz 100% gerade. Da muss man dann immer darauf achten, gerade wenn man schon so einen Bildverlauf hat, irgendwo so einen Uferverlauf, dass man das nicht bestärkt, indem es tatsächlich dann auch wirklich kippt, das Bild. Ansonsten natürlich in Schwarz-Weiß umgewandelt. Sehr interessant. Das Ganze, eine schöne klassische Schwarz-Weiß-Aufnahme, würde ich sagen. Ziemlich dunkel gehalten. Ja, gut, Lichter haben wir da am Ufer. Da muss man eben auch wieder an den Lichtern aufpassen, dass da entsprechend nichts ausbrennt. Ja, auf jeden Fall, schön versucht, das Ganze in Szene zu setzen. Die Äste nach meinem Geschmack zu weit im Bild drin, beziehungsweise zu viel dann Ausschnitt links und rechts beim Bild. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen weiter reingekroppt. Aber das ist natürlich eine Ansichtssache und natürlich auch Geschmackssache. Denn, ihr Lieben, die Fotografie ist und bleibt ja auch immer ein bisschen Kunst. Und liegt Kunst ja, wie bekannt ist, im Auge des Betrachters. Also, lieber Jürgen, schönes Schwarz-Weiß-Foto. Vielen Dank fürs Einreichen. Unser nächstes Foto gibt es wieder in Farbe. Und zwar von einem Ort, der auch mir sehr gut bekannt ist. Denn auch ich war dort schon des Öfteren fotografieren. Und zwar sind es die Kreuzbuhnen in Dranske auf Rügen. Die Kreuzbuhnen sind im Grunde einzigartig. Man hat hier bei der Erneuerung der Buhnen einfach bestehende Buhnen stehen lassen und hat dann eben mal versucht, ja, wie ist jetzt die Auswirkung auf die Küstenlandschaft, wenn man die Buhnen hier in der Kreuzform aufstellt. Deshalb natürlich hier ziemlich einzigartig, auch als Motiv. Das Ganze aufgenommen von Andreas. Der war nämlich mit seiner Canon EOS R dort und dem Canon RF 16 mm. Auch dieses Objektiv habe ich euch schon vorgestellt. Schönes Landschaftsobjektiv, Festbrennweite zu einem günstigen Preis für den RF-Mount. Nachbearbeitet das Ganze in Lightroom und Photoshop. Dann schauen wir uns als erstes die EXIF-Daten an. Also, Canon EOS R und das Canon 16 mm. Verwendet wurde hier eine Blende 7.1. Das heißt, ein bisschen abblenden, damit wir natürlich in der Tiefe schön viel schärfer haben. Das heißt, die Steine im Vordergrund sollten scharf sein und natürlich auch noch möglichst viele Buhnen in der Bildtiefe. Dann belichtet 25 Sekunden. Wer hat der Andreas das erreicht? Ganz einfach, er hat einen ND1000 zur Hilfe genommen. Dadurch erreichen wir natürlich eine schöne Glättung des Wassers. Sieht aus, als wäre das Ganze eingefroren, die Oberfläche des Wassers. Unten ISO 100 und natürlich brauchen wir bei solchen Gegenlicht-Situationen, auch wenn sich die Sonne natürlich hinter den Wolken befindet, was im Grunde für die Landschaftsfotografie oftmals gut sein kann. Denn wir halten natürlich damit eine natürliche Softbox. Gab es nochmal einen GND, also einen Verlaufsfilter, mit dem der obere Bildbereich abgedunkelt wurde und somit eine gleichmäßige Ausleuchtung, ein gleichmäßiger Kontrastumfang im oberen als auch im unteren Bildbereich entstanden ist. Andreas war sich ein bisschen unschlüssig, wie es jetzt mit der Bildwirkung ist. Dadurch, dass natürlich das Motiv im Vordergrund, die Buhnen und der Himmel jetzt quasi zur Hälfte aufgeteilt sind, also das Ganze jetzt nicht in die Drittelregel rutscht. Aber da es sich bei dem Bild ja im Endeffekt um einen Panorama-Ausschnitt handelt, ist das auch überhaupt gar nicht dramatisch. Denn die Bildwirkung bleibt dadurch super erhalten, gerade durch diese weite Aufnahme in der Breite. Und von der Aufnahme her, von der Bildgestaltung, lieber Andreas, kann ich dir sagen, ich hätte wahrscheinlich im Grunde fast genau so dieses Bild gemacht in der Situation. Links die Buhnen mit drauf, auf der rechten Seite dann nochmal die anderen auslaufenden Buhnen und die Sonne bietet sich an, die musst du ja mit drauf haben. Die ist ja im Grunde der Hauptaugenmerk auf dem Bild. Du versuchst ja natürlich die Sonne auszurichten und danach gestaltet sich dann der Rest. Also Bildaufbau, mach dir keine Gedanken darüber. Ja, auch hier mal 50-50, überhaupt kein Problem. Sieht sehr gut aus. Ich hätte vielleicht versucht, die Farben, das Blau ist sehr schön, das Orange und das Lila, das schon vorhanden ist im Bild, vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du es wahrgenommen hast vor Ort. Ich persönlich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Farbe noch mit reingehauen, oben in den Himmel. Ansonsten ein klasse Foto. Und im Übrigen, ihr Lieben, auch ein sehr, sehr schöner Fotospot. Das Ganze, wenn ihr auf Rügen seid, ist in Dranske. Googelt das Ganze mal, werdet ihr schnell finden. Kreuzbuhnen, Rügen findet man es auch. Es gibt einen Parkplatz direkt am Strand. Das heißt, es ist fußläufig. Da lauft ihr vielleicht zu den Kreuzbuhnen. Wenn ihr aus Dranske rausfahrt, dann rechterhand habt ihr den entsprechenden Parkplatz. Wenn ihr da euer Auto abstellt, sind es nochmal zwei Minuten zu Fuß. Ein wirklich sehr, sehr schöner Spot mit einem tollen Bildergebnis, ist, wenn ihr einen schönen Sonnenuntergang habt, so wie hier der Andreas. Und da ist es nicht unbedingt erforderlich, dass die Sonne zu sehen ist. Denn Vorteil hier natürlich durch die Wolken am Himmel. Wir haben die natürliche Softbox und wir haben keine ausgebrannten Bereiche dadurch im Wasser. Wären jetzt die Wolken nicht da, die Sonne wäre am Himmel, dann hättest du in dieser Situation das Problem, dass du im Bereich des Wassers wäre das ausgebrannt. Das kriegst du auch nicht mit dem ND raus oder sonstigen. Da hast du keine Chance, auch nicht mit dem CPL. Keine Chance, da musst du warten, bis dann die Sonne kurz vorm Touchdown ist. Ansonsten hast du immer einen sehr, sehr unschönen, ausgebrannten Fleck im Wasser. Den kriegst du auch leider in der Nachbearbeitung dann nicht heraus. Also Andreas, ein schönes Foto, schönes Panoramaformat, hätte ich wahrscheinlich auch so gewählt. Und natürlich das Motiv. Ja, das ist selbstredend auf deinem Bild. Also vielen Dank fürs Einreichen, Andreas. Unser nächstes Foto führt uns nach Ostfriesland. Und zwar bekannt geworden durch einen Film ist dieser Leuchtturm. Und zwar ist es der Leuchtturm, der im Film Otto, der Außerfriesische, auch zu sehen war. Und zwar ist es der Pilsumer Leuchtturm. Auch ich war ja schon an diesem Spot, habe euch mitgenommen in einem meiner Videos. Aufgenommen wurde dieser, ich vermute es, Sonnenaufgang von Werner. Werner war unterwegs mit seiner Canon 5D Mark IV und dem Canon 2470 2.8. An der Stelle würde ich euch natürlich gerne die EXIF-Daten einblenden. Aber, ja, wie auch immer der Werner es geschafft hat, sein Foto enthält keine EXIF-Daten. Das heißt, wir kommen gleich mal zum Bildaufbau. Der Leuchtturm an sich ist natürlich ein super Motiv. Allein schon durch seine kräftigen Farben bietet er sich natürlich an. Und diese Farben spiegeln sich natürlich wieder im Sonnenaufgang. Das Grün passt natürlich auch sehr schön dazu durch die Wiesen. Und, ja, auch Bildkomposition. Der Leuchtturm befindet sich quasi genau auf der Drittel-Regelinie im unteren Bereich. Wir haben den unteren Bereich nicht ganz im Drittel, aber das macht nichts. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Aufteilung. Kommen wir zur Bearbeitung. Denn Werner hat mir dazu geschrieben, und das ist tatsächlich auch zu sehen, er hat hier einen entsprechenden Verlaufsfilter genommen, um den oberen Bereich im Himmel natürlich abzudunkeln. Also die größte Herausforderung, wenn man natürlich Gebäude oder andere Objekte hat, die in den Himmel hineinragen und natürlich dann auch in den Bereich des Filters ist, diese nachträglich dann herauszuarbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einen Verlaufsfilter nehmt, dann wird natürlich auch der obere Bereich, wie hier vom Leuchtturm, der wird mit abgedunkelt. Den muss man dann in der Nachbearbeitung versuchen wieder anzugleichen. Das ist gar nicht so einfach. Werner hat mir geschrieben, er hat das Ganze mit Photoshop bearbeitet. Und da ich den Leuchtturm selber kenne, weiß ich, dass er im oberen Teil, so wie er hier wirkt auf dem Bild, da wirkt er ja so ein bisschen verschmutzt an den Seiten, so sieht er tatsächlich nicht aus. Das heißt, hier ist die große Herausforderung. Ich hätte das Ganze eher mit Lightroom gemacht. Da kannst du nämlich dann tatsächlich explizit den Turm als Motiv dir markieren und ihn dann aus der Tiefe herausholen. Und zwar so, dass man es nachher nicht mehr sieht. Ganz deutlich wird hier die Nachbearbeitung, wenn ich mir die Ränder des Turms ansehe, dann sieht man, dass da anscheinend so ein Shine-Effekt, so ein Glow-Effekt um den Turm herum. Und das deutet dann immer darauf hin, dass mehrere Masken erstellt wurden, mit denen man dann entweder nochmal den Hintergrund bearbeitet hat oder natürlich in dem Fall hier den Vordergrund, den Turm nochmal versucht hat herauszuziehen. Da muss man immer gucken, dass das nicht so aufgesetzt wirkt. Da liegt tatsächlich die große Herausforderung bei diesem Foto nicht im Bildaufbau, sondern tatsächlich in der Bildnachbearbeitung. Und vielleicht hätte ich, lieber Werner, deinem Foto noch ein kleines bisschen mehr Sättigung verpasst. Das Grün ist da nämlich richtig schön satt. Und ja, auch im Himmel hast du ja tolle Farben. Das orange Sonnenaufgang, das ist natürlich mega. Ein mega Augenblick, den du hier eingefangen hast. Da hätte ich vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe verliehen. Ansonsten, Werner, Bildaufbau. Da gibt es nichts zu zu sagen. Ich gehe mal davon aus, aufgrund der Schärfe im Bild, dass das Ganze auch entsprechend mit geschlossener Blende aufgenommen wurde. Denn du hast eine schöne durchgehende Schärfe. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich mir deinen Turm hier mal vergrößere, und zwar gehe ich mir mal auf 100 Prozent, dann wirst du im Nachgang nachgeschärft haben. Man sieht es hier ganz deutlich auch in den kleinen Details. Es entsteht so ein Saum drumherum. Es macht mehr so den Eindruck, als wäre es ein Ölgemälde oder so ein Aquarell. So ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Das entsteht, wenn man versucht, das Ganze nachzuschärfen und auch ein bisschen zu stark zu entrauschen. Dann entsteht dieser Effekt, dass das Ganze nicht mehr direkt scharf ist, also nicht mehr scharf erscheint, keine scharfen Kanten, sondern das Ganze ja so ein Ölgemälde-Effekt hat. Das sieht man natürlich, ja, jetzt meckern auf hohem Niveau, muss ich natürlich auch dazu sagen. Das entsteht, wenn man da die Bearbeitung tatsächlich dann entsprechend ausreizt. Ja, auch irgendwo hat eine RAW-Datei natürlich seine Grenzen. Wenn man da versucht, das Beste aus seinem Bild rauszuholen, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, gerade wenn du das auch hier als Gallery print, ja, so ein Foto bietet sich ja an, zum Beispiel ausdruckst, siehst du das. Ja, wenn du das auf Leinwand druckst, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn dir so Milchstraßengeschichten oder auch ein Bild, was vielleicht ein bisschen ein Bildrauschen hat oder vielleicht auch nicht so zu 100 Prozent scharf ist, dann druck das am besten auf eine Leinwand, weil die verzeiht nämlich einiges. Gallery print, hochauflösend, wird es schon ein bisschen schwieriger. Tja, an dieser Stelle muss ich sagen, ein sehr schönes Bild, schöner Moment, den du aufgenommen hast, Werner. Viele Grüße gehen raus, natürlich nicht nur an dich, sondern du hast gesagt, am frühen Morgen kam noch ein anderer Fotograf dazu, und zwar der Heinz Rademacher. Heinz Rademacher, den kenne ich auch von Instagram, wir haben schon ein bisschen zusammen geschrieben, der macht ganz, ganz tolle Fotos aus der Gegend. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht auch ein Like und ein Abo dalassen, tolle Bilder, die er hier macht. Werner, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Einreichen und noch viel Spaß bei weiteren tollen Sonnenaufgängen. Es geht in die Tierwelt, genau genommen geht es in die Makrofotografie, denn der Herrmann hat diese Libelle in seinem Garten fotografiert, und zwar mit der Sony Alpha 6600 und dem Sony 70 bis 350 Millimeter. Schauen wir uns gleich die EXIF-Daten an. Das Ganze aufgenommen mit einer Blende 6.3, einer Verschlusszeit von einer 2500stel und einem ISO 800. Der Herrmann hat mir dazu geschrieben, klar, Brennweite 30 Millimeter APS-C, das heißt, ich gehe mal einfach davon aus, das ist ein Schreibfehler. Herrmann geht sicherlich mit 300 Millimeter hier zur Sache, denn 30 Millimeter kann das Objektiv ja in dem Fall gar nicht. Also 300 Millimeter umgerechnet mit einem Crock-Faktor von 1,5. Bei Sony werden wir dann auf Vollformat gerechnet bei 450 Millimeter Brennweite. Deshalb bekommen wir natürlich auch schon bei der Blende 6.3 so einen schönen, sehr, sehr weichen Hintergrund. Also ein schönes Bouquet, eine schöne Freistellung. Die Verschlusszeit, ja, da habe ich jetzt überlegt, hat die Libelle, die haben ja manchmal auch so Ruhezeiten, wo sie eben die Flügel nicht bewegen. Wenn das der Fall war, dann ist die Verschlusszeit natürlich zu kurz gewählt, also zu schnell. Da hätte man natürlich ein bisschen länger belichten können und hätte dann auch mit dem ISO weiter runtergehen können. Wenn sie allerdings mit den Flügeln geschlagen hat, dann ist natürlich so eine schnelle Verschlusszeit, 2.500, natürlich notwendig, um die Flügel dann in irgendeiner Form auch scharf abzubilden. Das ganze Bild inklusive Bildaufbau sehr, sehr schön gewählt. Auch die Bildnachbearbeitung in Lightroom Classic, das Herrmann hier verwendet, finde ich sehr gut. Die Farben nicht zu übersättigt, trotzdem eine schöne, knallige Farbgebung. Auch das Rot-Orange hier hinten, beziehungsweise der Lila-Ton unten rechts. Im Bild durch die Seerose gehe ich mal davon aus. Ja, passt natürlich schön, ist ein schöner Kontrast nochmal zum Grün. Und vom Bildaufbau tatsächlich auch gut gewählt, damit das Ganze eben einen schönen Bildaufbau ergibt. Ich habe mir nochmal angeguckt, die Libelle in der linken Seite auf den Flügeln, das kann natürlich auch so eine Bewegungsunschärfe sein, läuft das Ganze so ein bisschen leider unscharf aus. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Ich habe es nochmal das Ganze versucht, ein bisschen nachzubessern. Man sieht es auch hier, Topaz. Ich habe es nochmal in Photo AI gepackt. Und da kriegt man noch einiges an Schärfe zusätzlich raus. Gerade hier links in den Flügeln, wenn man einfach nochmal die Rauschreduzierung, wobei ich sagen muss, Rauschreduzierung in dem Fall, war ja im Grunde kein Bildrauschen vorhanden. Das war schon sehr, sehr gut nachgearbeitet. Aber in jedem Fall auch durch den Bereich der Schärfe, den Schärferegler hier nochmal ein bisschen angepasst, dann kriegt man doch schon noch einiges an Schärfe im Flügel raus. Also ein sehr, sehr schönes Bild, eine schöne Makroaufnahme, definitiv. Also das Gute muss manchmal nicht so weit weg sein. Da braucht man vielleicht, weil man hat auch nur an seinen Gartenteich gehen, genau wie der Hermann das auch gemacht hat. Hermann, ein sehr schönes Bild, schöner Bildaufbau, schöne Bildnachbearbeitung. Vielen Dank fürs Einreichen deines Fotos. Und damit sind wir schon beim letzten Foto unserer heutigen Ausgabe. Ein Sonnenuntergang, fotografiert von Thomas. Thomas war unterwegs mit der Pentax K70, dem Tamron 1750 mm und hatte dieses Foto aufgenommen. Schauen wir uns gleich die Exif-Daten an. Wir haben eine Blende 18 und eine Zehntel Sekunde plus 10 Sekunden. Warum? Da kommen wir gleich zu. Und einen ISO 100. Der Thomas hat mir geschrieben, er hat hier mal ein bisschen experimentiert, und zwar eine Luminar Neo. Und zwar hat er zwei Bilder aufgenommen. Er hat, damit er das Wasser glätten kann, ein Foto aufgenommen mit 10 Sekunden Belichtungszeit. Dadurch erhalten wir natürlich unten die gegletterte Wasseroberfläche. Und er hat ein zweites Foto aufgenommen mit einer Zehntel Sekunde, damit er die Boote im Vordergrund möglichst scharf abbilden kann. Leider ist beim Zusammensetzen des Fotos das nicht so ganz zu 100% gelungen, denn wahrscheinlich hätte die Verschlusszeit für die Boote im Vordergrund tatsächlich noch kürzer ausfallen müssen. Man sieht es hier sehr schön an der Ankerkette und auch an den Booten selber. Es ist noch eine Unschärfe zu erkennen. Mag vielleicht auch am Fokus liegen. Was wir auf jeden Fall sehen, sind deutliche chromatische Aberrationen. Die zeichnen sich sehr, sehr deutlich ab. Bildaufbau. Die Bildidee finde ich tatsächlich gut. Wir haben die Boote im Vordergrund. Das Ganze ist in solch einem Orange-Ton ohnehin aufgenommen. Wobei ich dann auch sagen muss, es fehlt so ein bisschen an Bildwirkung dadurch. Das Bild wirkt sehr blass. Es hat einen sehr schönen analogen Touch. Allerdings, das muss man dazu sagen, in der hinteren Baumgruppe. Und da würde ich dann tatsächlich vielleicht so ein bisschen noch an den Reglern spielen, hat man tatsächlich schon Artefakte drin. Das heißt, es nützt nichts, wenn da die Belichtung nicht passt. Das heißt, wenn die Belichtung ohnehin zu niedrig gewählt ist und man im Nachhinein dann versucht, dann vielleicht noch die Teils rauszuziehen, dann hat man so einen klassischen abgesoffenen Effekt. Da kommen dann tatsächlich Fragmente zum Vorschein, die im Grunde dem Bild nicht gut tun. Das heißt, da würde ich versuchen, die Baumgruppe im Hintergrund in irgendeiner Form noch irgendwie dann wieder abzudunkeln. Und ja, man kann das so aufnehmen in dem Orangeton, aber ich glaube, es wäre schöner gewesen, wenn du den Sonnenuntergang, den du hier hast, denn du hast ja orange und blau, wäre ja am Himmel drin gewesen. Man sieht es oben links, sehr schön im Bild. Ja, wenn du vielleicht versucht hättest, da etwas mehr doch auf Farbe zu setzen, anstatt auf den Orangeton. Ich will mal versuchen, mir steht natürlich nur dein JPEG zur Verfügung, ich will mal versuchen, vielleicht ein kleines bisschen eine Änderung in Lightroom herbeizuführen. Wie gesagt, ohne RAW-Datei immer schwierig, JPEG und dann noch wahrscheinlich irgendwie komprimiert, final ausgegeben, ist es natürlich immer schwierig nachzuarbeiten. Aber wir packen uns mal dein Bild in Lightroom. Wir versuchen mal, ob wir hier in Lightroom ein bisschen was aus deinem Bild noch rausholen können. Als erstes schauen wir uns mal die Baumgruppe an. Die hat nämlich das Problem, dass hier tatsächlich extreme Artefakte auftreten. Das heißt ja, im Grunde sind wenig bis keine Bildinformationen vorhanden. Man sieht es hier ganz deutlich. Das ist so ein Farb-irgendwas. Das würde ich rausnehmen. Dafür nehmen wir uns mal ganz einfach hier einen radialen Verlaufsfilter, setzen den im Bild an, gehen einfach hier über unsere Baumgruppe rüber, bietet sich ja an, setzen das Ganze hier ziemlich mittig und dann gehen wir mit dem Schwarzregler in den Negativbereich. Denn im Grunde sind ja wenig bis gar keine Informationen hier vorhanden. Also nehmen wir sie doch am besten ganz raus. Das heißt, wir kriegen hier einen schönen Kontrast rein. Und dann schauen wir uns mal den Himmel an. Was hier natürlich fehlt, was man natürlich mit der RAW-Datei besser herausarbeiten kann, ist der Kontrast. Und zwar hier oben ist ja blau und hier unten ist ja orange. Allerdings geht es natürlich ein bisschen unter, weil du hast ja gesagt, du hast es moderat bearbeitet. Aber dadurch fehlt natürlich auch Bildwirkung. Das heißt, wir versuchen mal am Himmel hier noch ein bisschen was reinzuholen. Nehmen wir uns mal einen linearen Verlaufsfilter. Den setzen wir hier leicht hier oben hin und verstärken jetzt hier die Farbe blau. Und zwar gehen wir mit dem Blauregler hier nach links und dann entsteht natürlich schon ein wesentlich besserer Kontrast, wie viel Blau ihr jetzt hier reinbringt. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde, wir erreichen hier natürlich schon einen deutlich besseren Kontrast, gerade auch mit den Farben. Hier oben blau und dann das orange hier unten. Im oderen Bildbereich, ja, könnte man jetzt natürlich versuchen, Details rauszuholen. Im JPEG wird mir das nicht gelingen. Deshalb versuche ich einfach mal nur hier noch ein paar Farben mit ranzusetzen. Und zwar nehmen wir noch einen neuen Filter, noch einen linearen Verlaufsfilter. Zehen uns den hier unten ein bisschen rein. Gehen auch hier ein bisschen mehr ins Blau, denn das spiegelt ja im Grunde das Blau auch aus dem Himmel wieder. Und auch hier haben wir natürlich in dem Bereich, im Bildbereich, Orange mit drin. Das heißt, noch einen radialen Verlaufsfilter, den würde ich vielleicht hier in die Bildmitte setzen. Das Ganze ein bisschen anpassen. Man sieht es ja, es ist ja orange da auch im Wasser. Sieht man ja hier ganz deutlich. Zack. Und dann gehen wir einfach und verstärken so ein bisschen vielleicht das Orange. Wie viel wird das verstärken? Da müssen wir mal gucken, was hier zum Bild passt. Vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ein bisschen weniger rausnehmen. Ja, so würde ich es machen. Natürlich habe ich nur eingeschränkte Möglichkeiten jetzt hier mit der JPEG-Datei. Aber ich finde, dass wir hier schon ein bisschen mehr, ein bisschen knackige Bildwirkung haben. Gerade hier hinten, wenn euch Details absaufen, weil das Ganze eben nicht da ist, dann macht es doch schwarz. Macht es schwarz, dann hast du den Effekt eines Scherenschnitts. Ja, und dann ist das auch gut. Ja, ein bisschen mehr könnte man noch rausholen, wenn ich natürlich jetzt die RAW-Datei hätte. Mit dem JPEG kann auch ich natürlich nicht viel rausholen. Aber ich glaube, die Bildwirkung im Gegensatz zu dem Bild, zum Grundbild, ist natürlich schon ein bisschen besser geworden. Ja, also das heißt, ja, man muss nicht immer unbedingt zurückhaltend sein mit der Bildbearbeitung. Manchmal bringt es auch ein bisschen was, wenn man doch sich mal traut, an die Regler heranzugehen. Und das waren sie, die zehn Fotos für diese Folge Dein Bild im Fokus. Ich hoffe, die Bildbesprechung konnte euch weiterhelfen. Ihr habt vielleicht etwas für euch mitgenommen, etwas dazugelernt. Dann lasst mir für das Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, dann gibt es nämlich eine Nachricht, wenn es zum Beispiel auch eine neue Folge von Dein Bild im Fokus gibt. Als nächstes gibt es ja eine kleine, klitzekleine Premiere. Folge 10 steht vor der Tür. Das heißt Folge 10 und 100 Fotos, die wir dann bereits miteinander besprochen haben. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020